Du bist nicht allein. Irgendwo ist auch für dich eine Stelle. Was kann eine Lehrkraft tun, wenn sie eine Schülerin oder ein Schüler aufsucht, weil sie Rat oder Hilfe in Anspruch nehmen will? Bevor es zu einem konkreten Gespräch mit einem Kind kommt, sollte sich die Lehrkraft bemühen, der Klasse die eigene Gesprächsbereitschaft zu vermitteln und einzelne Mitglieder auffordern, sie bei Problemen anzusprechen. Die Lehrerin oder der Lehrer kann als Vorbild fungieren und es den Lernenden erleichtern, mit ihr zu sprechen. Es sollte immer wieder betont werden, dass jeder Hilfe braucht und dass es okay ist, diese einzufordern. Die Lehrkraft sollte sich klar positionieren und deutlich betonen, dass emotionale oder physische Gewalt, sei es in Form von Mobbing, Sexismus, häuslicher oder sexueller Gewalt, nie in Ordnung ist. Kinder und Jugendliche suchen sich ihre Vertrauensperson sehr sorgfältig aus. Bei interfamiliärem Missbrauch sind Lehrende die häufigste Anlaufstelle für Hilfe. Sie können gegebenenfalls verantwortungsvoll mithelfen, andauernden Missbrauch zu beenden, den Täter an weiteren Übergriffen zu hindern und das Opfer für die Zukunft zu stärken. Das Schaffen einer angenehmen Gesprächssituation bedeutet, dass ein solches intimes Gespräch nicht zwischen Tür und Angel, sondern in einem ruhigen, vertrauten Rahmen erfolgen sollte. Die Lehrkraft sollte primär Zuhörer sein. Es wird Verständnis gezeigt, das heißt, das Kind wird nicht gedrängt, sondern bestärkt, dass es richtig und mutig war, sich der Lehrkraft anzuvertrauen. Es werden keine Fragen gestellt, außer ob aktuell eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder ob die berichteten Vorfälle in der Vergangenheit liegen. Die Lehrerin oder der Lehrer sollte während des Gesprächs zur späteren Kommunikation und Dokumentation Notizen machen, so ruhig wie möglich bleiben und versuchen, nicht übermäßig emotional zu reagieren. Viele Kinder mögen in dieser Situation außerdem keine körperliche Nähe. Das heißt, es sollte von Umarmungen oder Ähnlichem abgesehen werden, wenn auffällt, dass die Situation für das Kind bereits sehr unangenehm ist. Wenn sich das Gespräch dem Ende neigt, ist es wichtig, dass die Lehrkraft keine falschen Versprechen macht, die sie nicht halten kann. Bei körperlicher Gewalt sollte außerdem davon abgesehen werden, den Täter zu verurteilen. Die meisten Betroffenen mögen ihre Eltern, Geschwister oder Mitschüler eigentlich sehr gerne. Sie wollen nur, dass die Gewalt aufhört. Es reicht vollkommen, wenn das Kind darin bestätigt wird, dass eine Grenzüberschreitung vorliegt und sie oder er keinerlei Schuld daran trägt. Es ist nicht Aufgabe der Lehrkraft, die Informationen zu evaluieren oder auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu untersuchen, sondern sie nur an die verantwortlichen Experten und Anlaufstellen weiterzugeben.